RUMEL Tutorial – Grundriss Sie haben RUMEL entdeckt und möchten ein erstes Mal einen Grundriss zeichnen? Lassen Sie sich überraschen, wie einfach das ist. Sie beginnen mit dem Zeichnen der Wände. Wählen Sie das Zeichenwerkzeug, den Stift, und ziehen Sie per Mausklick eine Linie auf der noch leeren Fläche. Ein zweiter Klick beendet die Linie und Ihre erste Wand steht. Wandstärke und Wandfarbe legen Sie in der linken Leiste fest. Vervollständigen Sie nun Ihren Raum mit zwei oder mehr weiteren Wänden. Das Auswahlwerkzeug hilft Ihnen, eine bereits gezogene Wand immer wieder zu aktivieren, verschieben, verkürzen, verlängern, bis sie genau dort ist, wo sie sein soll. Keine Sorge, Verbindungen zu anderen Wänden bleiben erhalten. Per Klick auf die Wand öffnen Sie eine Infobox, um nachträglich Eigenschaften festzulegen. Das ist enorm praktisch und die Infobox gibt es auch für alle anderen Objekte, wie Sie später noch sehen werden. Falls Sie eine Wand löschen wollen, aktivieren Sie sie durch Anklicken. Sie können sie nun über die Entfernen-Taste löschen. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, den Wandendpunkt zu aktivieren und diesen mit Klick auf das Löschsymbol zu entfernen. Auch hier ist wiederum die Tastatureingabe möglich. Für eine manuelle Eingabe der Wandlänge aktivieren Sie die Wand und verändern die Länge in der Infobox. So, Ihr erster Grundriss ist jetzt fertig. Natürlich fehlen nun noch Türen, Fenster und Treppen. In der linken Leiste warten alle diese Elemente auf Ihren Einsatz. Stichwort Grundausstattung. Ziehen Sie Türen und Fenster in Ihren Plan. Unterhalb der Objekte finden Sie Icons für die Bearbeitung. Infobox aufrufen, löschen, duplizieren, spiegeln. Bildausschnitt und Vergrößerung lassen sich über Schieberegler und Einstellungen im rechten unteren Eck steuern. Sie sind nun sicher gespannt auf die 3D-Ansicht. Ein Klick auf das Funktionsfeld genügt und Roomel rechnet zu Ihrem Plan eine detaillierte 3D-Darstellung, die Sie mit Maus und Steuerungstaste ganz einfach drehen und zoomen können. Es wird nun Zeit, ans Speichern zu denken. Dazu wählen Sie im Menü Datei den Punkt Speichern. Speichern setzt voraus, dass Sie sich am System anmelden. Benutzername und Passwort eingeben. Fertig. Sie haben noch keine Zugangsdaten? Dann finden Sie rechts die Roomel-Registrierung und die geht zum Glück ruckzuck. Und? Haben die ersten Schritte Spaß gemacht? Ja? Gut. Eines noch. Wenn Sie einen fertigen Plan haben, lässt sich das Zeichnen auch vereinfachen oder überspringen. Die JPEG-Datei unter Planvorlage hochladen und Sie können abpausen oder sofort zum Einrichten übergehen.